12 Uhr Mitternacht, fährt einer auf einmal in Schlangenlinie. Polizisten sagen, halt, halt, halt! Sie fahren Schlangenlinie. Wo? Wo kommen Sie her? Feuerwehrball. Vom Feuerwehrball? Ja, natürlich. Haben Sie ihn getrunken? Nein, halbe. Nein, halbe? Puh, ist ein bissl viel, he? Sie werden es mir nicht glauben, aber ich stehe seit 22 Uhr da. Sie sind jetzt um 12 der Erste. Viel Verkehr ist er nicht. Haben Sie einen Sekretten? Ja, natürlich. Ich sage, wissen Sie was? Dann geben Sie mir einen Sekretten und dann lassen Sie sich heimfahren. Einverstanden? Einverstanden. Fahrt. Zehn Minuten später steht schon wieder der Polizist da. Der bleibt wieder stehen. Wo kommen Sie her? Feuerwehrball. Vom Feuerwehrball? Ja, natürlich. Was haben Sie denn getrunken? Nein, halbe. Nein, halbe. Was? Zu viel. Sie werden es nicht glauben, aber ich bin selber auch bei der Feuerwehr. Und wenn Sie viel trinken, kommt es ja der Feuerwehr zugute. Eigentlich ist es ja etwas Gutes. Haben Sie einen Sekretten? Ja, natürlich. Ich sage, wissen Sie was? Dann gehen Sie einen Sekretten und dann fahren Sie ganz langsam heim. Haben Sie noch weit? Nein, nein, nein. Nicht weit. Dann fahren Sie langsam. Versprochen? Versprochen. Fahrt. Zehn Minuten später steht schon wieder der Polizist da. Da bleiben wir wieder stehen, ich sage, komm mal, das nicht her. Appah. Pfeife Appah. Ja, tschüss. Das war Wahnsinn. Ich sage, erforscht uns den Trunk. Nein, halbe. Nein, halbe. Ja!